Eine gute Frage. Der Raul Kowalko hat geschrieben, in Jeremia 7, 22 bis 23 steht, dass Gott Schlachtopfer und Brandopfer nie geboten hat, aber in Mose 1, 2, 3, 4, 5 gebot er es. Das ist ein großer Widerspruch, den ich mir nicht erklären kann. Habt ihr eine Erklärung für diesen Widerspruch? Ich habe schon mal geantwortet. Ich will es euch mal noch ein bisschen ausführlicher zeigen. Das ist auch eine Serie, die vielleicht fast vorneweg noch dran wäre, Widersprüche in der Bibel. Es gibt ja manche, die versuchen, Widersprüche in der Bibel zu finden und so und kramen dann zum Beispiel Shabir Alis uralt Dokument 101 Contradictions, 101 Widersprüche aus und versuchen da die Widersprüche zu finden, die auch schon seit Jahrzehnten im Prinzip wahrscheinlich widerlegt sind. Zumindest seit sehr langem, ja wahrscheinlich wird es schon seit Jahrzehnten sein vermutlich, aber jedenfalls jahrelang definitiv widerlegt sind. Es gibt diese 101 Contradictions Explained oder Answered, gibt es zwei Dokumente, die muss ich auch mal mit verlinken irgendwie. Wo das einmal generell erklärt wird, also man kann diese Widersprüche, diese scheinbaren Widersprüche in Kategorien aufklären oder aufteilen. Zum Beispiel Zahlen, Zahlenfehler oder also es gibt, weil die Zahlen sind ja Buchstaben im Hebräischen, dass es da Kopierfehler gab. Das ist eine von diesen Kategorien. Eine andere ist, einfach den Kontext nicht beachtet oder einfach nicht verstanden, was die Grundaussage war. In diesem Sinn gibt es da entweder Kategorien oder es gibt auch noch ein Dokument. Ich glaube, bei beiden Dokumenten werden dann auch alle der Reihe nach nochmal durchgearbeitet und durchgegangen. Und da bleibt im Endeffekt bei einigen Fragen ein kleines Fragezeichen, wo man sagt, ja gut, das ist vielleicht eine mögliche Lösung, aber es gefällt mir nicht ganz so gut. Das ist mittelmäßig gute Erklärung, aber so, dass man sagen kann, es gibt kein einziges Ding, wo man sagen muss, hey, das ist ein Astra in der Widerspruch. Punkt. Gibt es nicht. Also ist mir auch noch keiner in der Bibel so begegnet. Es gibt zwei, drei Stellen, wo ich Fragezeichen auch habe. Aber ich habe auch schon viele Fragen beantwortet bekommen, wo ich, was mir auch eine gewisse Zuversicht gibt, zu sagen, die Sachen, die ich jetzt nicht verstanden habe, vielleicht finde ich nochmal eine Lösung. Aber ganz ehrlich, wir befinden uns jetzt auch 2000 Jahre nach der Zeit vom Neuen Testament und noch länger nach der Zeit vom Alten Testament. Also dreieinhalbtausend Jahre fast von der Zeit von Mose getrennt. Und dass wir da nicht alles 100 Prozent verstehen, dass wir da manche kulturellen oder sonstigen Hintergründe, dass wir da manche Dinge nicht verstehen oder auch nicht für alles historische Quellen eindeutig nachweisbar sind, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und deshalb muss man schon auch der Bibel zugestehen, vielleicht versteht man auch nicht immer alles, nicht ganz hundertprozentig. Aber andersrum würde ich sagen, es ist Wahnsinn, wie viel in der Bibel klar ist, wie viel in der Bibel 100 Prozent verständlich ist. Anders als zum Beispiel beim Koran. Und wie viel auch Fakten nachprüfbar sind und verifiziert, also bewahrheitet wurden oder sich bewahrheitet haben. Und das ist wirklich einmalig. So etwas gibt es bei keinem Buch und das ist klasse. Ja, gucken wir mal, diese Widersprüche in der Bibel oder diesen einen möglichen oder angeblichen oder befürchteten Widerspruch in der Bibel. Also, unser Freund hat geschrieben, Jeremia 7, 22-23 Denn als ich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, habe ich ihnen nicht befohlen, mir Brand- und Freudenopfer dazubringen, sondern ich habe ihnen gesagt, gehorcht mir, dann will ich euer Gott sein und ihr seid mein Volk. Lebt nach meinen Weisungen, dann geht es euch gut. Und jetzt wird ja ein Widerspruch gesehen, weil es da heißt, ja gut, aber in den Gesetzen von Mose, da stehen ja überall diese Opfergebote. Und hier heißt es, Brand- und Freudenopfer habe ich nicht befohlen. Zum einen muss man erst mal sagen, der Jeremia hat zehn Kapitel später selber auch von den Opfern, Opfern von den Brand- und Freudenopfern, Speis, Lobopfern und Weihrauch und allem berichtet oder darüber geschrieben. Das heißt, der Jeremia wusste es ja wohl, dass es diese Opfervorschriften gab. Er war ja auch nicht blöd. Also die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die wussten ja, was damals lief. Und hier wird es ganz, ganz klar, okay, er wusste um diese ganzen Opfervorschriften, okay. Aber was meint er denn dann? Wenn man nochmal den Text anguckt, dann sieht man, dass ja zunächst hier gesagt wird, als ich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, habe ich ihn nicht befohlen. Also hier wird eine spezielle Zeit, erstmal ein spezieller Zeitrahmen angesprochen. Und dann sieht man, okay, tatsächlich, wenn ich jetzt dann mal die Mosebücher aufschlage, in Exodus 15 geht es erstmal um den Gehorsam. Genau um das, wo es hier heißt, gehorcht mir, dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Lebt nach meinen Weisungen, dann geht es euch gut. Das ist das, was in Exodus 15, 2. Mose 15, gesagt worden ist zunächst. Später erst sind sie zum Sinai gekommen im Kapitel 19 und dann gab es im Kapitel 20 die 10 Gebote und dann noch einige weitere Gesetze. Dann wurde die Bauanweisung für die Stiftshütte gegeben. Kapitel 25 folgende und erst im Kapitel 19, also 14 Kapitel nachher, und das ist also in Zeit gerechnet natürlich noch viel mehr, das ist eine ganze Zeit später erst, kommen dann die Opfergesetze. Aber zu dem Zeitpunkt, als Gott das Volk rausgeführt hat aus Ägypten, da hat Gott einfach gesagt, hey, gehorcht mir. Und hier lesen wir mal einen Vers dazu. Er sagte, also Mose, wenn du auf Jahwe, deinen Gott, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Als Jeremia wird es auch erst mal gesagt, hey, gehorch meinen Geboten und tu, was ich sage. Genau das, was, ja, ich möchte erst mal die Vika wegmachen hier. Sonst sieht man die ganze Zeit die arme Vika. Da wird genau das gesagt, was in Jeremia da steht. Dass es um Gehorsam geht, dass es Gott um Gehorsam geht. Aber, jetzt kann man natürlich auch sagen, also grundsätzlich erst mal diese Aussage in Jeremia ist sachgemäß verstanden. Richtig. Einfach sachgemäß richtig. Aber die Frage ist trotzdem noch, oder man kann noch weiterfragen. Jetzt haben wir schon geklärt, okay, es ist kein Widerspruch. Aber man kann ja noch ein bisschen weiterfragen, was ist denn eigentlich gemeint. Und da steht in Hosea 6, Vers 6, ein was, was es nochmal gut auf den Punkt bringt. Denn ich will, denn Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Erkenntnis Gottes bedeutet mir mehr als brennende Opfer auf dem Altar. Wo Gott sagt, hey, mein Herz ist nicht dabei, ich will eure Opfer haben. Und das ist ein Thema, was sich immer wieder gerade durch die Prophetenbücher durchzieht. Hier in Amos wird sogar mal gesagt, ich hasse und verwerfe eure Feste. Findet denn Gott die Feste schlimme? Hat ja selbst eingesetzt. Ja, aber was die Leute daraus machen, ihnen geht es nicht darum, dass die Rituale eingehandelt werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Rituale abzuhalten, wie es auch im Islam ist. Und egal, was ich innerlich denke oder fühle, sondern es geht wirklich darum, die Beziehung zu Gott. Ich hasse und verwerfe eure Feste. Eure Feiern kann ich nicht riechen. Eure Brandopfer sind mir zuwider. Eure Speisopfer gefallen mir nicht. Eure fetten Freudopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Eure Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Lasst nur das Recht wie Wasser fließen. Die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir die Schlacht und Speisopfer gebracht? Die 40 Jahre in der Wüste Haus Israel. Und dann wird noch weiter gesagt, dass es eben eigentlich, die haben gar nicht Gott wirklich geopfert, sondern die haben ihren Götzen geopfert, haben ihre Götzen weiter verehrt oder verehrt. Oder noch ein Satz, eine Bibelstelle, die das nochmal super auf den Punkt bringt. Das ist die Stelle, wo Saul, der König Saul, den Auftrag gekriegt hat, die Amalekiter zu bekämpfen. Und weil sie zuvor, zur Zeit von Mose, sehr, sehr hinterlistig die Israeliten angegriffen haben, die Frauen, Kinder, die Schwachen, die Alten angegriffen haben. Und jetzt sagt Gott, okay, und jetzt greifst du dieses Volk an. Ein sehr, sehr seltener Befehl in der Bibel, dass es einen aktiven Angriffsbefehl gibt. Das ist eine Gelegenheit. Eine zweite Gelegenheit ist, oder die erste Gelegenheit eigentlich, dass es die zweite, die erste Gelegenheit ist bei der Landnahme, wo Gott vorher schon 400 Jahre lang Geduld hatte und gesagt hat, hey, oder wo die Leute Kinder verbrannt haben für ihre Götzen und so weiter. Und die hatten 400 Jahre Zeit, sich zu bekehren, von diesem Ding abzulassen. Und sie haben es nicht getan. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, so und jetzt reicht es. Und dann ist das Volk Israel gekommen und hat das Land, hat das Land eingenommen. Und hier, wie gesagt, der zweite, die zweite Stelle. Doch Samuel erwiderte dem Saul, nachdem der Saul gesagt hat, ja gut, ich habe ja alles gemacht, aber ein bisschen habe ich halt doch nicht so ganz gemacht. Ich habe die besten, die besten Tiere habe ich noch am Leben gelassen und so, damit wir Gott opfern können. Und jetzt sagt der Samuel, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie die Zauberei. Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwe es verworfen hast, verwirft er auch dich als König. Und das war sozusagen das angekündigte Ende von Sauls Königtum. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich, es kommt Gott nicht auf die Opfer, nicht auf die Rituale an, sondern es kommt ihm auf Gehorsam an, dafür, dass er ihm wirklich vertraut, mit ihm geht und das tut, was er sagt. Jesus sagt auch mal, wenn ihr tut, was ich euch sage, seid ihr meine Freunde. Also das ist Gott wirklich wichtig, dass wir tun, was er sagt. Und das ist auch für uns alle, die wir hier sind, ein wichtiger Punkt, den wir echt beachten müssen, ich auch beachten muss, im Großen und im Kleinen, dass wir wirklich das tun, was Gott gefällt, dass wir uns nach seinem Wort richten. Das ist es, was Gott möchte. Das ist das, was Gott möchte. Und deshalb nochmal dieser Vers aus Jeremia. Die Grundaussage ist erstmal wahr. Zu diesem Zeitpunkt hat er noch keine Opfer oder irgendwas angekündigt, sondern hat gesagt, hey, seid mir gehorsam. Aber die Aussage, die er treffen möchte, ist auch besonders die nochmal, mir sind die Opfer nicht so wichtig, mir geht es um Gehorsam. Die Opfer sind gut und richtig und wichtig und alles Mögliche, aber das ist nicht das, worauf es mir ankommt. Und da ist einına, dass wir es für uns als Gesche проблемы hat. Ich bin auf jeden Gerät ganzer, das ist das, was wir tun.